Ich glaube am einfachsten ist, dass wenn man auf diese Quest klickt und dann einfach den Weg drückt. Ich klicke jetzt mal auf die erste, die mir hier so angezeigt wird, und das ist Feuerblut, äh, Blutritual. Ich stecke Scherde auf Spieße. Mh. Wäre direkt in Bonapau. Das ist tatsächlich schon gut. Ich glaube aber nicht alle, 12 und 40. Ich habe das, was du suchst. Das weiß ich genau. Wir werden uns wiedersehen. Hm. Gute mal die nächste, Geschichte des Gebietes. Gebiets, Anführung, das wir mit dem Modus. Geschicht des Gebietes. Geschicht des Gebietes. Geschicht des Gebietes. Geschicht des Gebietes. Und bei mir war das, habe ich das bekommen, das war ein Questgegenstand in meiner Tasche, als ich diese geöffnet habe. Achso. Ich glaube, einfach hinter dir hin. Ja. Du hast mich warten lassen. Du hast mich warten lassen. Du hast mich warten lassen. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Attrakt над englisch. Und wie ihr die 구ierenden verbunden habt. Ja, wer es wird. Wie ist das品 Liquor? Ja, der will, wie andere. Auswahl an És experience der Fish-Kollote zu tun. 普通 Tatgifel. Okay Mamotin, joo Guck mal, hier ist irgendwas Fuck ey, was ist das denn jetzt? Oh wow, was ist das denn? Bist du auch sowas? Aaaaaah Alter Ingenieur Bülber Schon wieder Zeit Ich weiß ja gar nicht was man hier machen soll Alter Schild Minerv 4 rein, ey Wie war's? Scheiße Aaaaaach Du kannst das Vieh sprengen Was das genau bringt Ich dachte aber ich brauche deine Hilfe jetzt und dann Wie sprengst du das Vieh dann? Wo muss ich denn mal hinlaufen? Wo muss ich denn mal hinlaufen? Vielleicht zu so einem fetten hier Vielleicht zu so einem fetten hier Mal gucken wo wir weg bringen Hier Halt Halt 42% So Wo bist du hängelaufen? Oh Ja, boben Mit großem Typ Und Und So hat Halt zu mir getroffen Das sind welche Siehst du die? Das ist Das ist Das ist Das ist Das wird ja für uns nicht gezahlt Was ist das für ein Vieh? Wow Aha Was ist das für ein Vieh? 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 Puh, keine Ahnung Stück Okay Lass mal eine andere machen Das ist auch so lange nicht Okay So Wollen wir mal Wollen wir mal wieder auf den Kippen Wollen wir mal da zwei oder drei Werkt den Zahn von Mucka Äh Mucki Wollen wir mal da zwei oder drei Wie hoch Okay, woci Bei hier guck Ah, hier guck Mann, funglied für Schlinge Na denn eins, was? Steine Sauerstoff Muss man die angreifen, oder? Scheiße hat der viel Leben Ich glaube, ich werde gleich sterben. Ich bin tot. Du bist wieder bei 2, bist du? Ich probiere eine Herausforderung. Bist du gewählt, im Namen des Dominion Blut zu vergießen? Das sind diese Fische. Steinzeit. 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 Ach Gott. Jetzt auch hinüber. Äh, hier ist ein Speer. Ich habe das hier, wo wir uns abgeben können. Okay. Du verschwendest Zeit. Warum verschwendest du Zeit? Danke. Danke. Okay. Noch mehr Steinzahndinge. Auch noch mal. Hm. Unser anderer Typ hat die auch schon gemacht hier, so wie es scheint. Hm. Treffen. Ach Gott, was ist los? Was ist denn? das es es ist Das sind noch welche. Wow, gestanden. Das hab ich noch nicht irgendwie. Ich bin mir in der Tat aus. Äh, ne, mehr? Mir läuft die noch 98% hab ich. Ja, dann kommt. Wie soll ich hier sind? Ich hier war direkt ein. Oh shit. Okay. Was? Ja, ich bin nur aufgestiegen, aber jetzt hab ich auch ein anderes Problem. Ich darf mir zwei an. Oh shit. Inventar ist voll. Scheiße. Oh shit. Oh shit. So, wir kommen hier. Hier kann ich mal recyceln von dem Scheiß hier. Fiolen mit Steinzeiten Magen, äh, Steinzeiten Magenzauere dran. Blut wirft das, um ein Säurefleck zu erzeugen. 50 Schaden. Ha, 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 ha. Klicken um Materialtaste zu öffnen. Kann ich nicht wirklich erreichen. Oh shit. Scheißen. Ja, ich will diesen Gegenstand durchsetzen. Der ist schon wieder voll. Okay, wir haben das ja abgeschlossen hier. Mhm. Heute kommen wir dann hier. Mink. Du, ich hab keine Ahnung. Ich bin hier. Wo sind wir? Wir haben Dorf wieder. Wo sind die Einzige? Scheiße. Zwei müssen wir probieren. Achso, ist das hier im Gebäude? Ja. Berichte. Möge das Imperium für immer wären. Was hast du gefunden? Nö, ich hab keine Ahnung, wie man hier was findet. Die Quest heißt Stück für Stück. Kannst du im Quest noch drauf gucken und wird dir den Weg gezeigt. Also aufklicken. Das ist in einem Gebäude. In einem Gebäude. Ach, diese Schedule kann ich hier platzieren. Okay. Okay. Fixpunkt. Aha. Jetzt hab ich einen Teleportpunkt. Da komm ich immer direkt zurück. Okay. Mhm. Sei gegrüßt Bürger. Neue Erholenschaft. Das Imperium wird ewig werden. Gut. Wie sagen wir? Erstmal Unterbrachung hier. Mhm. Schönen idag. Ich bin ein bisschen hier drin. Ja.